1, 2, 1, slice Domian, das 1Live Talk Radio, 0800 220 50 50 Domian, im WDR Fernsehen und bei 1Live, 0800 220 50 50 Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt dem Tod ins Auge beschaut. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die genau dieses sagen, die vielleicht einen schweren Unfall hatten, die sehr schwer krank waren, die vielleicht ein Nahtoderlebnis hatten oder die vielleicht in eine Gewaltaktion einmal verwickelt waren und auch dort so haarscharf davongekommen sind oder vielleicht auch mit Menschen, die einen anderen in den Tod begleitet haben und deshalb auch sagen, ich habe die Nähe des Todes gespürt, ich habe dem Tod ins Auge geschaut. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann ruft an unter 0800 220 50 50 oder meldt mir unter domian.wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Angelo und Angelo ist 29 Jahre alt. Hallo Angelo. Ja, hallo. Du hast dich zu dem Thema gemeldet. Was ist dir genau passiert? Das ist so, am 12. Januar hat meine Freundin, Verlobte, sich Selbstmord umgebracht. Deine Verlobte? Ja. Das heißt, ihr wart sehr eng verbunden und wolltet auch heiraten? Mit heiraten wollten wir nie, nein. Da hatten wir beide nicht so den Kontakt mit heiraten. Ach so, ich dachte, wenn man verlobt ist, dann... Ja, das wollten wir nicht. Wie lange wart ihr zusammen? Wir kannten uns schon von Kind auf und wir waren 15 Jahre zusammen. 15 Jahre. 15 Jahre. 15 Jahre. Du bist 29. Ich bin 29. Von Kind auf Kind schon. Ja. Was genau ist passiert? Es ist so passiert, am 12. Januar bin ich aufgestanden, um 7 Uhr morgens, wollte zur Arbeit gehen. Meine Verlobte, die ist schon zwei Stunden vorher aufgestanden, um 5 Uhr morgens. Also ihr habt zusammen gewohnt? Wir haben zusammen gewohnt in einer Wohnung. Ja. Sie ist schon morgens aufgestanden und hat mir nicht gesagt, was ich machen wollte. Und dann auf einmal... Was ist da für ein Krach im Hintergrund? Bitte? Was ist da für ein Krach im Hintergrund? Das sind meine Eltern. Ach so. Das sind meine Eltern im Hintergrund. Und dann ist sie aufgestanden und hat mir nicht gesagt, wo sie hingegangen ist. Und ich bin leider geschlafen. Und die morgens bin ich aufgestanden, bin im Badezimmer und dann habe ich sie in der Dusche gesehen. Wie sie da tot drin lag. In der Dusche? Ja. Was hatte sie gemacht? Was hat sie getan? Sie hat einen Firm genommen und hat sich damit einen Schock geholt. Und die hatte extra Verlängerungskabel von Steckdose, das drei Meter weiter weg war. Und ich habe eine extra Verlängerungskabel zum Dusche hingemacht. Dann kommst du in das Badezimmer und siehst deine Freundin, mit der du so lange zusammen bist. Ja, wir haben sogar eine Tochter, die vier Jahre alt ist. Ach so. Die kamen dann auch ein paar Minuten später rein, weil die Aske mitkriegt hat, wie ich geschrien habe. Ja. Und das Kind hat dann auch ihre tote Mutter gesehen? Die hat die tote Mutter auch gesehen, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man in dem Moment so unter Schock steht, dass man eigentlich gar nicht weiß, was man tun soll. Was hast du getan? Ich habe erstmal geweint, bin fast ausgeraftet. Ich bin in die Treppe runtergeflogen, weil ich schnell zum Telefon ran wollte. Mir ist Gott sei Dank gar nichts passiert, wo ich runtergegangen bin. Bitte? Runtergefallen bin in die Treppe, ist mir Gott sei Dank nichts passiert. Mein Kind hat einen Schock und das redet mit mir gar nicht mehr, spricht mit mir gar nicht mehr. Wie lief das so weiter ab? Du hast dann die Polizei oder den Krankenwagen angerufen? Ja. Aber dann vergingen wahrscheinlich unfassbar lang für dich fühlende Minuten, wo du alleine, mit deinem Kind alleine, bei der toten Freundin warst. Ja. Bis dann jemand kam. Ja, da kam er. Fünf Minuten, zehn Minuten später kam er in die Kriminalpolizei, beschleidigend, als sie tot, redet uns wahr. Das heißt, sie war nicht mehr zu retten, da war gar nichts. Sie war wirklich schon tot, als du sie gefunden hast. Die war wirklich schon tot, ja. Das war am 12.01., das ist ja nun mal gerade erst ein paar Wochen her. Ja, letzte Woche Montag war die Beerdigung, da war ich mit meiner Tochter hin. Ja. Warum hat deine Freundin das getan? Weißt du das? Das weiß heute total keiner. Das weiß keiner. Sie hat nichts hinterlassen? Sie hat nichts hinterlassen. Ich habe ihr Tagebuch gelesen, was man nicht eigentlich mache. Toll. Aber ich habe gelesen, da stand da auch nichts weiter drin. Ja. Und die letzten Tage oder Wochen, hast du irgendwie bemerkt, dass sie vielleicht traurig war, schwermütig war, hat sie über bestimmte Themen gesprochen? Nee, gar nichts. Es war alles so wie immer? Das war alles so wie immer. Bis eines morgens, um zwölften, morgens um fünf Uhr aufstande und sie ging raus, ich habe gerade wo gesehen, im Badezimmer. Das war ungewöhnlich, dass sie so früh aufstand. Das war ungewöhnlich, aber ich habe mir nichts weiter beigedacht. Und es ist völlig auszuschließen, dass es ein Unfall war. Das war völlig auszuschließen, ja. Das war das Selbstmord. Wie geht man denn mit so einer unglaublichen Unbegreiflichkeit um? Ich gehe da schwer mit um. Ich überlege auch schon langsam irgendwie nach Selbstmord oder so, aber ich kann es selber nicht tun. Ich will es eigentlich machen. Ich habe mein Kind jetzt. Ich habe meine Arbeit hingeschmissen. Ich kann nicht mehr arbeiten. Also ich finde, neben der Trauer und dem Schock, eben so grausam an dieser Geschichte auch, dass du überhaupt gar keinen Anhaltspunkt hast. Nee, habe ich gar nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass du in den letzten zwei Wochen schon tausendmal alle Situationen der Vergangenheit durchgedacht hast und kommst auf keine Fährte, nichts ist irgendwo, wo du sagst, das könnte, daher könnte es kommen. Nee, es lief alles gut. Wir haben uns auch nie gezogen in der Beziehung. Wir kannten uns schon von Kindergarten auf an. Machst du dir in irgendeiner Weise doch selbst Vorwürfe, dass du denkst, ich war nicht wach genug, ich habe vielleicht die Situation nicht genau beobachtet, ich war nicht sensibel genug? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich bin um sieben Uhr morgens aufgestanden. Ja, ich habe gemerkt, dass kein Strom mehr da war. Dass kein Strom mehr da war? Dass die ganzen Weckers aus sind. Aber ich habe ja zum Drehen so einen Wecker, dass die ganzen Weckers aus waren. Kein Strom mehr da war. Ja gut. Das Licht ging nur noch. Und dann habe ich wieder in den Duschen gesehen. Wir hatten gestern so einen ähnlichen Fall. Und da habe ich gesagt, und das sage ich immer, wenn ich so etwas höre, dass ich darüber auch so... Ich habe überhaupt kein Verständnis sogar. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass Menschen das tun, wenn auch noch ein kleines Kind da ist. Ja. Ich meine, in diesem Fall hat sie dir das Kind überlassen, aber dennoch ist sie die Mutter des Kindes. Das muss für sie... Letztendlich muss sie ja in einer so unglaublichen Not gewesen sein, einer unbeschreiblichen seelischen Not, dass sie diesen Schritt getan hat. Ja, das weiß keiner. Sie wird es ja nicht morgens einfach mal so im Affekt gemacht haben. Man steht ja nicht mal so morgens um fünf auf und geht in die Dusche und macht dann sowas. Vielleicht hat sie ganz lange darüber nachgedacht. Wer weiß, was sie ganz lange in sich herumgetragen hat. Und das ist ja tragisch ohne Gleichen, das Ganze. Ich habe ja ihr Tagebuch gelesen und da steht ja auch nichts drin. Der letzte Eintracht, der war am... Warte mal, ich habe das Tagebuch hier. Das letzte Eintracht am 23.12. Und da ist nichts Besonderes zu lesen? Nee, da ist nichts Besonderes zu lesen. Ich kann es gerne mal vorlesen. Nee, das musst du jetzt nicht. Das wollen wir jetzt nicht machen. Das ist ja doch schon etwas Intimes, ein Tagebuch. Und wenn... Ich finde, dass du das Recht hast, nach so einem Fall darin zu lesen. Aber wir müssen das ja jetzt nicht öffentlich machen. Ja. Auch in dem Umfeld von ihr, Freundinnen, Eltern oder Schwiegereltern, hat auch keiner irgendeine Idee, was los ist? Ja, ihre Mutter gibt mir die Schuld daran, dass ich irgendwie Schuld hätte daran. Inwiefern? Ja, dass wir uns geschritten hätten in eine Beziehung, ob wir uns geschritten haben oder gekloppt haben. Stimmt das? Nein. Wie war denn die Beziehung überhaupt in der letzten Zeit? Das war okay. Wir haben uns nie getankt. Manchmal haben wir Auseinandersetzungen gehabt, weil ich viel arbeiten musste. Aber wir haben uns nie wirklich so richtig getankt. Hast du den Eindruck, dass das schon, trotz der vielen Jahre, die ihr zusammen seid, dass es durchaus noch eine Liebesbeziehung war? Das war noch eine Liebesbeziehung, ja. Das heißt, du hast sie sehr geliebt und du hast dich auch sehr von ihr geliebt gefühlt? Ja. Ihr habt miteinander geschlafen? Ja. Das war kein Problem mit Schlaf ohne Beziehung. Wir haben uns am ersten Tag geliebt. Wir haben uns verlobt, aber wir haben auch gesagt, wir wollen nie heiraten. Du hast gerade gesagt, das Kind steht begreiflicherweise unter Schock. Ja, das habe ich hier vor mir. Das liegt hier in meinem Bett mit. Hast du dich denn darum bemüht, zu einem Kinderpsychologen zu gehen mit dem Kind? Nein, ich weiß ja nicht, was ich da machen soll. Ich kenne mich da selber nicht vor. Weil ich glaube, mit vier Jahren kapiert man das ja schon, wenn man mit vier Jahren die Mama hat tot. Ja, die hat auch einen Schock gekriegt, wo du sie es gesehen hast. Absolut, ja. Die hat geweint und... Pass auf, ich schreibe Folgendes vor. Du wirst jetzt mit meiner Psychologin, mit der Claudia sprechen. Da geht es erstmal um dein Kind. Dann könnt ihr beraten, was er mit der Kleinen macht. Ich finde, dass man unbedingt etwas tun sollte. Und du kannst mit der Claudia auch noch darüber reden, wie du mit deiner Trauer und auch mit der Ungewissheit, die dich jetzt umgibt, und vielleicht auch mit den Anschuldigungen der Schwiegereltern umgehen kannst. Ja? Ja, mache ich. Gut, dann legst du bitte auf und wir rufen jetzt gleich zurück. Okay, tschüss. Alles Gute, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht, ihr Lieben, heißt dem Tod ins Auge geschaut. Ich möchte mit Leuten reden, die ganz nah am Tod dran waren. Entweder bei sich selbst durch einen Unfall, eine Krankheit, ein Nahtoderlebnis oder die etwas erlebt haben, so wie wir es gerade gehört haben, dass sie sehr krass konfrontiert worden sind mit dem Tod oder vielleicht einen Menschen in den Tod begleitet haben. Also, dem Tod ins Auge geschaut, so heißt das Thema. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian.wdr.de. Weiter geht es mit Robert und Robert ist 47 Jahre alt. Hallo Robert. Ja, hallo. Guten Morgen Robert. Ja. Dem Tod ins Auge geschaut. Ja, das stimmt. Inwiefern? Ja, ich bin überfahren worden als Fußgänger und bin dabei sehr schwer verletzt worden. Wann war das? Das war vor circa 24 Jahren. Ja. Das heißt, wir haben ja jetzt Januar. Ja. Genau am 9. Januar 1981 ist das geschehen. Ja. Wie beschreibt man die Situation? Wie war das? Ja, das muss ganz ehrlich sagen. Das war ja für mich auch das erste Mal, diese Erfahrung zu haben. Es hört sich jetzt vielleicht klischeehaft an, aber es ist wirklich so. Ja. Man sieht das Licht am Ende des Tunnels. Ja. Man schwebt irgendwie, ich weiß nicht, während ich nach dem Aufprall wusste ich ja eigentlich gar nichts mehr. Sag doch erst mal den Hergang. Also, du warst Fußgänger. Ja. Du wolltest eine Straße überqueren. Ja. Ja. Also, der klassische Fall, du willst eine Straße überqueren. Genau. Und hast du ein Auto übersehen oder hat das Auto dich übersehen? Ich bin über die Straße gegangen, hatte vielleicht noch einen Schritt bis zum Bürgersteig. Da geht Licht an, ein Fahrzeug fährt auf mich zu und reißt mich mit. Also, es war Nacht oder Abend? Das war morgens um 10 vor 6. Ah ja. Im Januar eben, also noch ziemlich dunkel morgens. Und ist das Auto wirklich über dich rüber gefahren? Das Auto hat mich frontal mitgenommen. Ich bin ca. 35 Meter durch die Luft geschleudert worden und bin dann eben auf der Straße wieder aufgeprallt. Hat das Auto dich auch überrollt? Nein. Das nicht, aber dieser schwere Aufprall und eben dann wiederum auf die Straße aufzuschlagen. Ich hatte schwerste Schädel-Hirnverletzungen, körperlich auch schwerste Verletzungen und so. Ja. Also du lagst dann im Koma? Ja, genau. Und dann erzähl mal, was du gerade angefangen hast zu erzählen. Ja. Das, was man immer so hört, diesen Tunnel mit Licht. Ja, das stimmt wirklich. Also ich habe ja natürlich auch später Sendungen gesehen über Nahtoderlebnisse. Das möchte ich jetzt auch mal betonen. Und damit ich nicht unglaubwürdig wirke oder so. Aber es ist wirklich so. Man sieht dieses Licht, das auf einen zukommt. Das ganze Leben rauscht an einem vorbei. Lass mich fragen, kurz fragen. Kommt das Licht auf einen zu oder geht man auf das Licht zu? Ne, das Licht kommt, also in meinem Falle, sage ich es jetzt mal so, ist das Licht auf mich zugekommen. Ja. Ja. Wie soll ich das sagen? Es wurde immer heller, immer heller. Hast du währenddessen ein Körperempfinden gehabt? Nein. Nein, das nicht. Du hast also nur eine Wahrnehmung. Keinerlei körperliche Empfindungen gehabt. Ja. Kein Schmerz, keine Trauer. Na, ich meine, wenn du sagst, da kam auf mich ein Licht zu. Was war da, das Ich? Hattest du da in dieser Vision einen Körper? Ne, also habe ich mich nicht körperlich gesehen. Ja, so meinte ich das. Ja. Und dann sagst du, lief das Leben schnell ab. Quasi wie ein Film, wie ein schneller Film. Ja, aber wirklich. Ohne Scheiß jetzt. Das war wirklich so. Das ganze Leben oder nur so Fetzen daraus? Also, wie soll ich das sagen? Ich habe bestimmte Menschen gesehen, die mir sehr nahe waren. Ich habe meine Eltern gesehen, meine Geschwister. Liefen nur positive Sachen ab oder auch schlimme Sachen aus deinem Leben? Eben nicht. Also, ich habe so schöne Momente gesehen. Wie soll ich das sagen? Die schönen Momente. Also, es kamen nicht die traurigen und schrecklichen Momente des Lebens hoch. Nein, nein. Es waren keine traurigen oder schrecklichen Momente. So, jetzt stelle ich mir vor, das Licht kommt auf mich zu. Ja. Und währenddessen läuft, wie so auf einer Filmleinwand, das Leben vor mir ab. Ja, aber voll. Aber voll. Aber währenddessen, das Licht ist da und kommt weiter auf dich zu. Ja. Und dann? Ja, und dann praktisch wie so ein Kameraschwenk. Anders kann ich das jetzt nicht beschreiben. Da sah ich mich dann verkrümmt auf der Straße liegen. Ja. Und dann war sozusagen Schluss. Dann war es so dermaßen hell, dann war aus. Und, naja, und dann war eine ganze Zeit lang gar nichts. Nichts, an das ich mich erinnern könnte, sage ich mal. Ja. Und dann auf einmal war ich im grünen Land. So nenne ich das. Im grünen Land? Im grünen Land. Was ist das? Was bedeutet das? Das ist, also, wie soll ich das sagen? Also, der Grieche würde sagen, das ist das Elysium oder sonst irgendetwas. Es war total wunderschön. Alles war schön grün. Die Bäume, Berge waren da, Hügel und so weiter. Ja, also schon eine Vorstellung von einer jenseitigen Realität. Ja, könnte man fast so sagen. Eine sehr schöne, eine harmonische Realität. Ich hatte dort auch Leute, kannte ich da. Unbeschwert. Bin mit denen durch die Gegend gelaufen und so. Das waren allerdings, das ist ja das Seltsame daran, und ich erinnere mich wirklich genauestens daran, das waren alles so urtümliche Menschen. Also, das waren nicht so moderne Menschen, so wie heute. Und wir haben Essen gesammelt und dann wollten wir zur Jagd gehen und so weiter und so fort. Und dann haben sie mir die Gegend gezeigt, an dem Fluss und so weiter. Und dann sind wir im Wald gewesen und alles mögliche. Es war total toll da, wie soll ich das sagen, ja? Irgendwann war aber auch diese Vision weg. Ja, und das geschah folgendermaßen. Wir gingen mit drei, vier Personen durch den Wald und wollten jagen gehen und sahen dann eine Gruppe anderer Menschen, die wild beobachteten. Und dann sind wir da so drauf zugerobt, sage ich jetzt mal. Das hat mich alles doof an. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das hier Tausende oder Hunderttausende von Leuten hat. Naja, jedenfalls hatte ich mich in einem Busch versteckt. Und einer von der anderen Partei, sage ich jetzt mal, die auch unterwegs waren, kam auf mich zu, bog den Busch beiseite, kriegte einen totalen Schreck und schrie. Ich kriegte auch einen totalen Schreck und schrie. Dann sah ich nur noch Ballons, die durch die Gegend flogen, in denen Gesichter drin waren. Meine Mutter, meine Freundin, mein Bruder und so weiter. Aber alles verkehrt rum. Alles wie auf dem Kopf. Ich dachte, was ist denn hier los, was ist hier los? Während das... Das war der Moment, wo ich aus dem Koma aufstehe. Ach so, das war der Moment. Ja. Das ist ja ganz erstaunlich, dass du das so haarklein in Erinnerung hast. Ja, das habe ich niemals vergessen, mein ganzes Leben lang. Also diese Lichterlebnisse, das hört man ja immer wieder. Aber sowas, wie du gerade geschrieben hast, so mit schöner Natur und mit Menschen und Jagen und sowas, das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Als du dann aufgewacht bist, das ist ja immer so die klassische Frage auch. War das eine Erleichterung oder war irgendwo auch ein bisschen Trauer, dass du dachtest, ich will gar nicht mehr in dieses Leben zurück? Ganz genau. Genauso kann man das sagen. Das Letztere? Ja. Also kein Glück. Seit der Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eigentlich nur noch einen Wunsch. Ich will hier weg und will da hin. Das ist dein Wunsch? Ja. Seit 24 Jahren? Ja. Ich bin zwar verheiratet und habe zwei Kinder und auch eine liebe Frau und meine Kinder sind auch ganz lieb und so. Aber das ist ja auch schwer zu erklären. Wie soll man das sagen? Aber sondern weil viele Menschen, die so etwas erlebt haben, kommen irgendwie, ich will es mal ausdrücken, die kommen irgendwie demütiger zurück ins Leben. Die sagen, ich habe die Angst vor dem Tod verloren, aber ich bin dankbar und froh, dass ich leben darf und wertschätze das Leben. Das ist bei dir ganz anders. Ja, das ist bei mir wirklich ganz anders. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann so wach wurde und nachdem die Ballons zerplatzt waren und sich das Bild wieder in die normalen physikalischen Verhältnisse zurückdreht, alles stand ja vorher auf dem Kopf wie spiegelverkehrt oder so. Dann saß meine Mutter wirklich da und mein Bruder saß da und meine jetzige Frau, die damals meine Freundin war, saß da. Wir sind jetzt nun auch seit bald 20 Jahren verheiratet. Und da habe ich mir nur gedacht, oh Gott, ich bin wirklich, ich bin nicht tot. Also da habe ich wirklich gedacht, ich bin nicht tot, ich bin wieder hier. Und da hatte ich auch dieses Demutsgefühl, das muss ich auch bestätigen, da war ich froh. Du hast dann wahrscheinlich aufgrund der schweren Verletzungen noch lange im Krankenhaus liegen müssen, aber aufgrund dieses Eindruckes, den du gerade beschrieben hast, das liegt ja nur immer in 24 Jahren zurück und wenn das bis heute noch so intensiv anhält. Ja, ich träume auch manchmal davon. Kann man das ja nicht vom Tisch wischen. Warst du in irgendeiner Zeit mal in der Versuchung, dir selbst das Leben zu nehmen? Ja. Ja, das schon. Ja, mehrfach. Ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich ganz ehrlich zu sagen, wenn meine Frauen, meine Kinder, das waren immer so, die Momente, da habe ich wirklich gezögert. Also ich hatte schon, ich habe wirklich schon mehrfach die Möglichkeit gehabt. Also wenn ich sagen würde, was hält dich am Leben, da sagst du, meine Frau und meine Kinder. Ja, das kann ich denen nicht antun. Das Leben an sich hält dich nicht am Leben. Nee, das nicht, ehrlich nicht. Aber so hast du früher nicht getickt? Nein. Das hat alles mit diesem Erlebnis zu tun? Ja, ganz genau. Ja. Ja, das kann man sich immer so anhören, das kann man natürlich letztendlich nicht vermitteln. Ja. Also ich kann mir das anhören, nachvollziehen kann man das natürlich nicht. Das kann man nur nachvollziehen, wie man das selbst erlebt hat. Es gibt nichts mehr, ich lebe seit der Zeit in der Isolation, sage ich mal. Ich gehe kaum weg. Das hat natürlich auch Probleme gegeben, auch mit der Familie und so weiter. Und ich bin ja auch seit der Zeit arbeitslos, gesellschaftlich ausgegrenzt, sage ich mal. Das heißt, letztendlich bist du seit dieser Zeit in eine finstere Welt abgerutscht hier am Leben. Ganz genau, ja. So kann man das täglich beschreiben. Deswegen habe ich auch, ich habe mir dann immer wieder gesagt, Mensch, reiß dich am Riemen. Mensch, die zwei Kleinen und so weiter, das kannst du doch nicht machen. Hast du denn mal, ich will das jetzt nicht irgendwie als Krankheit darstellen, dennoch frage ich es, hast du mal überlegt, dich vielleicht auch psychiatrisch behandeln zu haben? Das habe ich sogar gemacht. Hast du gemacht? Ja. Und nichts genutzt? Das war verheerend, das war verheerend, ja. Aus dem einfachen Grunde. Mir wurde dann gesagt, ich wäre ein Simulant und so weiter und all solche Sachen. Ich würde mir das alles einbilden und all solche Sachen, ja. Und ich hatte da nie Hilfe, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du gerne mit meiner Fachfrau hier noch ein paar Worte sprechen möchtest, kann ich dir das anbieten. Das wäre nett. Ja, das mache ich sehr gerne. Ja. Ich fand das sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben, Robert. Ja. Und ich als Lebensbefürworter würde mir schon wünschen, oder würde dir wünschen, dass du doch noch etwas mehr Freude am Leben findest. Ja, das würde ich mir auch wünschen. Aber wenn ich so rausgucke, ich muss ganz ehrlich sagen, da finde ich nichts. Da ist nichts. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, Robert. Ja. Alles Gute. Du legst bitte auf und wartest noch ein paar Minuten. Es wird noch ein paar Minuten dauern, glaube ich. Aber wir melden uns gleich. Ja, das ist in Ordnung. Okay. Alles Gute. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50. Und unser Thema heute Nacht heißt, dem Tod ins Auge geschaut. Und ein Hinweis schon mal an dieser Stelle auf unsere Promi-Sendung am Samstag, Samstag um 23.30 Uhr, Samstagabend um halb zwölf, ist bei mir hier im WDR Fernsehen Mathieu Carrière, der Schauspieler Mathieu Carrière zu Gast. Also wenn ihr Lust habt, schaut mal rein. Und ihr könnt gerne auch mit Mathieu Carrière sprechen, Fragen stellen, mit ihm diskutieren, vielleicht auch über seinen umstrittenen Gefängnisaufenthalt im Dezember. Dann meldet euch doch jetzt schon mal bei uns an unter domian.wdr.de und schreibt eure Telefonnummer drauf, damit wir euch dann in der Sendung am Samstag zurückrufen können. Samstagabend, WDR Fernsehen, 23.30 Uhr, Mathieu Carrière, hier bei uns zu Gast. Hier ist Dietmar und Dietmar ist 38. Hallo Dietmar. Ja, hallo Domian. Du hast dich zu unserem Thema gemeldet. Ja, genau. Was hast du erlebt? Dein Kollege schon erklärt, ich bin vor, ja mittlerweile 22 Jahren, hatte ich einen Autounfall oder hatten wir einen Autounfall. Wer ist wir? Ein damaliger Kollege aus der Clique und ich. Laut Aussagen von Ihnen sind wir mit 130 gegen einen Baum gekracht. Mit 130 gegen einen Baum. Damals war noch keine Anschlusspflicht und ich habe die Augen 14 Tage später im Klinikum wieder aufgemacht. 14 Tage im Koma gelegen? Ja, richtig, weil da war ein Splitter von der Windschutzscheibe, war bis ans Gehirn dran gedrungen und das haben die dann versucht durch eine OP rauszubekommen. Wer war schuld an dem Unfall? Ähm, ja, wer war schuld? Du hast gefahren? Nein, ich war damals 17. Achso. Und mein Kollege hat gefahren. Also er ist zu schnell gefahren? Ähm, das konnte der Sachverständige uns nicht nachweisen. Aber es war so? Ähm, es war ein altes Auto und da ist laut Sachverständiger damals eine Blattfeder gebrochen. Und da war das... War das auf einer Landstraße? Das war auf einer Landstraße, ja. Ja, wer fährt 130 auf einer Landstraße? Ja, in der Gegend, wo ich gebürtig herkomme, ähm, ist das relativ normal. Traurigerweise. Aber egal. Nicht egal, aber das gehört ja jetzt nicht so sehr zum Thema. Äh, du warst dann sehr schwer verletzt? Ja, ich war sehr schwer verletzt und ähm, mein Gesicht hat stark gelitten, gelitten. Die haben sich erst um mein Gehirn gekümmert, dass dieser Splitter da rauskommt und als ich wach geworden bin, hatte ich ein ganz anderes Aussehen wie vorher. Ich war total vernamt im Gesicht. Ja. Hattest du dein Augenlicht noch? Mein Augenlicht habe ich Gott sei Dank noch. Mhm. Und ich war irgendwie immer so richtig bedürzt und, und, ja, ich habe es immer krachen gehört, wenn ich mal Fernsehen gesehen habe und Splitter flogen, dann habe ich mich immer erschrocken. Lass mich mal fragen, wir haben das ja gerade gehört von deinem Vorredner, von dem Robert, ähm, der hatte in dieser, in der Zeit des Komas, hatte der so ein Nahtoderlebnis. Hast du auch so etwas erlebt? Ähm, also ich hatte damals viele Besuche, ähm, lauter Aussagen. meiner Verwandtschaft und Familie. Und der Einzige, an dem ich mich erinnern kann in dieser Koma-Zeit, ist der Pastor. An was erinnerst du dich da? Was hat er getan? Oder kannst du dich an... Ähm, er hatte mir damals gesagt, dass er schon zwei Messen gelesen hat. Mhm. Und dass die Gemeinde immer noch der Meinung ist, dass ich es schaffen könnte. Ja. Und an was genau hast du dich dann erinnert, dass er da war, dass er dich vielleicht gestreichelt hat oder angefasst hat oder irgendwas gemacht hat, irgendwas so etwas Tröstliches? Ich weiß es nicht. Wenn ich das auf heutiger Sicht sehe, dann war ich irgendwo, ja, zwischen Himmel und Erde. Also ich war irgendwo, aber wo genau konnte ich nicht sagen, also ich war nicht auf der Erde und ich war nicht im Himmel. Aber interessant, du wusstest, dass der Pastor da war, was du eigentlich gar nicht hättest wissen können, aber das war dir ja irgendwie... Irgendwie wusstest du es? Das wusste ich, ja. Und ja, als ich dann nach 14 Tagen das erste Mal in den Spiegel schaute, bin ich nochmal für zwei weitere Tage ins Koma gefallen, weil es war ein ganz anderes Gesicht als das, was ich vorher hatte. Also das Gesicht war sehr verletzt, sehr entstellt? Es wurde eine plastische Chirurgie gemacht und ich habe somit ein ganz neues Aussehen bekommen und ähm... Was ist bei der plastischen Chirurgie gemacht worden im Gesicht? Ähm, die Nase, dann ist neue Haut draufgekommen, dann... Ist die Nase, äh, war die ganz kaputt? Hat man die generell eine neue? Die war verschmettert worden. Ach, die war ganz zerschmettert? Ja. Und was hast du jetzt für eine Nase? Ähm, ich sage mal, äh... Also ich habe damals alle Fotos von mir aus der Frühzeit, ich sage mal, abgegeben oder teilweise vernichtet. Ja. Ich sage mal, ich habe eine tote Nase. Was heißt das? Aus welchem Material ist die Nase, wenn dein Körper eigenes Material völlig kaputt war? Also, damals wurde mir gesagt, dass es aus Plastik gemacht wurde. Ach so, aus Plastik. Fühlt man das, wenn man da drauf drückt, dass das irgendwie nicht so nach Knochen sich anfühlt? Ähm, ja, ich habe dort keine Nerven und ähm... Ich habe dort auch keine Schmerzen. Ja. Aber wenn man so mit dem Fingernagel so dran klopft, das hört sich ja bei Knochen irgendwie... Na, Knochen halt an. Fühlt sich das bei dir anders an? Ich habe da noch nie drauf geprüft. Nach so langer Zeit noch nicht? Nein, also... Aber, ich meine, das ist ja sehr lange her schon. Ist das denn alles gut verheilt und sieht die Nase auch gut aus? Das ist, ja, das ist in drei Kliniken behandelt worden. Also, ich war nach 14 Monaten, war ich dann doch wieder zu Hause. Ja. Ähm, bekam dann einen Spitznamen. Ich war Frankensteins Meisterstück. Mhm. Immerhin das Meisterstück. Bitte? Immerhin das Meisterstück. Ähm, ja, für mich war es, ich sage mal, sehr erniedrigend. Ähm, teilweise haben mich einige Leute nicht wiedererkannt. Ja, das stelle ich mir auch sehr schwer vor, wenn man quasi das Gesicht verliert und erstmal äußerlich, wenn man vor dem Spiegel steht, ein anderer Typ ist, als man vorher war. Also, das geht mir heute noch so. Also, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, also, dann, ähm, das ist nicht der Liebmann, den ich eigentlich kenne, sondern... Das heißt, nach diesen vielen Jahren, du bist jetzt 38 und... 9, ja. ...der Unfall war, da warst du 22. Nee, 17 war ich da. 17 war es vor 22 Jahren, genau. Ja. Äh, ja, nach so langer Zeit hat sich das, äh, noch nicht, äh, irgendwie angewöhnt, dass... Nein, nein, also, ich fühle mich in jedem Spiegel von, äh, von diesem Gesicht regelrecht verfolgt. Gefällt es dir auch nicht? Ähm, ja, mir gefällt es schon, aber im Kopf ist eben noch ein ganz anderes Bild. Mhm. Ja, interessant, ne, dass das nach so langer Zeit immer noch so ist. Selbst wenn du das akzeptiert hast, du hast, du sagst, mir gefällt das so, es ist gut verheilt und ich bin wieder gesund. Äh, bist du denn wieder rundherum gesund oder gibt es noch andere Nachwirkungen? Ja, also Nachwirkungen, jetzt, äh, gibt es keine mehr. Mhm. Aber dafür ist die Zeit auch zu lange gegeben, ich sag mal, Nachwirkungen in dem Sinne sind eben nur psychisch bedingt. Ja. Was heißt nur, ich sag mal... Was heißt nur. Und bist du ja, ähm, die Sendung heißt ja dem Tod ins Auge geschaut, das hast du ja wirklich gemacht. Äh, ich komme mir jeden Morgen so vor, als du den Tod ins Auge schaust. Mhm. Ähm, du kommst dir jeden Morgen so vor, als du zu dem Tod ins Auge schaust. Ja, die, die Bilder sind immer noch da, ne, und, ähm, ich kann mich... Das heißt, bei dir, ähm, ist auch nicht so ein Gefühl, dass du sagst, ich habe nochmal meinen zweiten Geburtstag erlebt und bin ganz glücklich. Bist du glücklich? Ähm, ne, glücklich bin ich irgendwo nicht. Mhm. Also ich, äh... Man könnte jetzt eigentlich so denken, okay, ich habe etwas ganz Schlimmes erlebt, ich hätte aber sterben können. Die haben mich einigermaßen wieder hingekriegt, ich sehe zwar nicht mehr so aus wie vorher, aber ich sehe ganz okay aus. Eigentlich könnte man froh sein. Warum bist du es nicht? Ja, ich, äh, wie soll ich das beschreiben? Also wenn ich morgens hin den Spiegel sehe, ähm, ich war auch mal verheiratet und hatte auch dann auch einige Freundinnen, aber sie waren sich alle irgendwo sehr gleich mit ihren Meinungen nach einer gewissen Zeit, dass ich keine Gefühle zeigen kann und... Also, äh, ist das, 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 was zurückgeblieben ist, obwohl es so viele Jahre her ist, äh, ein, ein nicht bewältigter Schock vielleicht? Ja, natürlich, nur ich kann ihn irgendwie nicht wegzaubern. Ich kann zwar morgens den Spiegel meiden, aber ich sag mal, irgendwann muss ich mich ja mal rasieren und... Ähm, äh, das geht nicht ohne Spiegel, also nicht bei mir. Ja. Äh, meidest du am Tage auch Spiegel? Ähm, ich, äh, konnte sie 15 Jahre nicht vermeiden, weil ich, ähm, Flachglas-Veredler bin und Millionen von Spiegel ausgeliefert und... Das ist ja absurd dann, dass... Also, ich habe nicht ein einziges Mal in den Spiegel geschaut. Mhm. Obwohl du beruflich damit ständig zu tun hast? Ja, also wie gesagt, wir haben Millionen ausgeliefert, aber ich kann mich an keinen Spiegel erinnern, wo ich selber reingeschaut habe. Das muss ich nochmal fragen, Dietmar, weil ich es immer noch nicht so ganz verstehe. Ähm, du findest dieses Gesicht nicht abstoßend, was du hast? Ich finde es nicht abstoßend, nur ich kann mich irgendwie nicht damit anfreunden. Warum nicht? Ich, ja, ich fühle es zwar wie ein zweites Leben, ähm, aber, aber das ist nicht irgendwo mein Gesicht. Mhm. Aber guck mal, wie viele Menschen gehen zu einer Schönheitsoperation und sehen danach auch ganz anders aus? Und das ist auch nicht mehr das Gesicht, was es vorher war. Ja. Bei dir war es keine Schönheitsoperation, sondern eine lebensrettende Maßnahme. Ähm, ich will das jetzt deshalb nicht, ich will das nicht kleinreden. Dein Gefühl, ich will es nur mehr verstehen, deswegen frage ich so nach. Ja, ich meine, wenn diese Menschen zügig damit klarkommen, also dann kann ich da auch nichts zu sagen. Also ich komme mit diesem, ich sage mal, Anblick und mit diesem komischen Gefühl oder ich sage mal kalten Gefühl, ähm, da komme ich irgendwo nicht drauf klar. Vielleicht liegt es ja auch gar nicht objektiv an der Form des Gesichtes, weil du mir sagst, das ist ja objektiv auch in Ordnung. Es ist vielleicht irgendwas anderes, was tief verschüttet ist, was nicht richtig behandelt worden ist, an Trauma, an Traumata, was du damals hast erleben müssen. Bist du damals mal in psychologischer Behandlung gewesen? Nein, ich bin nicht in psychologischer Behandlung gewesen. Würdest du das machen? Ähm, ich würde es machen, ja. Das würde ich dir auch dringend raten. Wenn man nach so vielen Jahren, äh, sich noch nicht damit arrangiert hat, selbst obwohl es dir ganz gut geht, körperlich, körperlich, ähm, glaube ich nicht mehr daran, dass du das alleine schaffst. Wahrscheinlich auch, weißt du gar nicht, was, wie verstrickt das da in dir ist. Ich würde es dir dringend empfehlen, äh, dir Hilfe zu suchen bei einem Psychologen, einem Psychiater. Dringend. Ja, die meisten haben mal eine lange Wartezeit. Ja, ist doch egal, du hast jetzt auch lange gewacht, ja, dann wachtest du halt noch ein bisschen. Und du, äh, und du hast hier nichts zu verlieren dabei. Du kannst ja nur gewinnen. Wenn, wenn dir der Typ nicht passt, gehst du wieder. Punkt. Ja, das ist schon richtig. Aber du hast die Chance vielleicht, äh, deinen Frieden mit dir zu finden und das wäre ja nun wirklich ganz toll. Und dass du ganz normal wieder in den Spiegel gucken kannst und sagst, okay, das akzeptiere ich jetzt. Ich bin jetzt so, wie ich jetzt bin. Ja, ich meine, daran ändern kann ich jetzt nichts mehr am Gesicht. Genau. Möchte ich auch gar nicht. Ja, und dass, dass auch so ein Glücksgefühl aufkommt, dass, dass du lebst und dass du es überstanden hast, alles. Ja, ich habe durch, ich sage mal, durch diese, äh, einen Blick und, äh, hatte ich mich dann auch, ich sage mal, entfernt von, äh, jeglicher Art von Frauen. Du hast dich isoliert? Ja, natürlich. Also ich gehe zwar raus und, und ich kann irgendwo, äh, mitfeiern und, äh, aber... Aber tief in dir bist du traurig. Ja, sobald ich merke, ähm, er naht sich was seitlich ist, also versucht sich irgendwie anzubändeln, dann, äh, passe ich und dann, ja. Ich finde dich mal, es muss dringend was passieren. So wie du mir das erzählst, kommt mir das immer zu, so vor, als läge dieser Unfall erst ein paar Jahre hinter dir, äh, zurück. Aber er liegt zu lange zurück und das macht mir die, die, die Dramatik der Situation klar. Du musst was machen. Ja, mir kommt es immer vor, wenn es gerade mal zwei, drei Monate her sind und... Siehste, siehste. So, äh, ich biete dir an, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin redest, von wegen, wie macht, wie macht man das mit der, mit der Therapie oder Psychiater und so, okay? Ja, gut. Legst du auf, wir rufen dich an, die Claudia ruft dich an. Alles klar, dumme, ja. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800-220-5050, unser Thema heute Nacht, dem Tod ins Auge geschaut und jetzt habe ich hier telefonisch zu Gast die Ursula, oder Ursel, Ursel ist 58, hallo Ursel. Ja, hallo Domian. Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Ja. Du hast dich auch zu dem ernsten Thema bei uns gemeldet. Ja, so ist es. Ja. Ich habe diese ganz schlimme Erfahrung vor 38 Jahren gemacht. Ja. Und habe quasi bis zum heutigen Tag, bis auf das, dass ich mit meiner Mutter darüber gesprochen hatte, noch mit keinem Menschen darüber sprechen können oder einfach auch nicht gesprochen. Was ist denn passiert? Ich war also vor 38 Jahren schwanger und habe mich zu einem Schwangerschaftsabbruch entschließen müssen, auf verschiedenen Gründen. Ich konnte das Kind also nicht bekommen. Und bin dann über Freunde und Freundesfreunde an eine subiose Engelmacherin gekommen, so nannte man damals diese Frauen. Genau, die das illegal gemacht haben. Ganz genau, ja, gegen viel Geld, was ich mir zusammen leihen musste. Wie viel Geld war das? Das waren damals, ich meine, das ist 38 Jahre her, waren das, ich glaube, so 300, 400 Mark. Ja, ja. Und bin dann irgendwo hingefahren worden, in irgendeinem Hinterhaus. Und der das vermittelt hat, der ist dann mit raufgegangen und ich bin in eine schmuddelige Wohnung gekommen. Das war in Deutschland? Ja. Und, ja, und dann, na, ich musste mich dann auf einen Tisch legen, auf einen Küchentisch. Auf einen Küchentisch. Und dieser Vermittler, ich habe gehört, wie beide sich unterhalten haben. Ja, und auch von der kannst du ruhig mehr nehmen, die hat Geld. Ich musste dann also noch 200 Mark drauflegen und wollte dann schon gehen. Und dann hat man mich wieder auf den Tisch zurückgedrängt. Und der Vermittler ist raus und sie hat dann den Eingriff quasi gemacht, mit irgendwelchen Nadeln und hat mir dann, ja, so eine Seifelauge eingeführt. Auf einem Küchentisch? Auf einem Küchentisch, ja. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen. Und war auch total benommen von dem, was alle passiert war. Was ich irgendwo auch gar nicht wollte oder doch wollte. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann hat dieser Vermittler mich nach Hause gefahren. Wie lange hat diese Prozedur gedauert? Ich weiß es nicht mehr. Das kann man was. Eine halbe Stunde, eine halbe Stunde. Ich bin dann nach Hause gefahren. Meine Eltern waren nicht da. Ich bin dann in mein Zimmer gegangen. Hattest du wahrscheinlich höllische Schmerzen? Ich kriegte dann höllische Schmerzen. Die wurden auch immer schlimmer und immer schlimmer. Und wir hatten, hatten wir damals aus dem Bad einen Toiletteneimer geholt. Und man so Schmutzwäsche so reinmacht, weil sie mir das sagte, ich muss das auf jeden Fall machen. Und dann habe ich irgendwann nachts dann quasi das Kind bekommen. Ganz mit Wehen und mit ganz viel Blutverlust. In welchem Monat warst du? Das war Mitte Vierte. Ja. Ende Vierte. Es war auf jeden Fall schon ein kleiner Mensch. Du hast den kleinen Mensch gesehen? Ja, ich musste den auch abtabeln. Also ich habe es dann abgerissen. Und bin dann zusammengebrochen. Lebte der kleine Mensch in dem Moment noch? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich bin dann zusammengebrochen. Und war dann besinnungslos, bewusstlos. Und mein Bruder, der schlief, hat eine getrennte Wohnung. Der schlief in der Nachbarwohnung. Der war damals 15 Jahre alt. Und ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich an die Tür gekommen bin. Ich bin über den Flur gekrochen, allen Vieren. Dann bin ich wieder ohnmächtig geworden und habe dann quasi neben mir gestanden und habe nur gesehen, wie ich eine Hand immer an der Tür hatte. Und ich sehe mich heute noch da liegen und sehe nur Blut und sehe das Kind, wie das unten baumelt. Und das verfolgt mich 38 Jahre lang. Und mein Bruder hat dann gehört, dass ich an der Tür gekratzt habe, obwohl der Mann ganz, ganz festen Schlaf hatte. Und er hat mir das hinterher erzählt. Er hat aber nicht gewusst, was passiert war. Nur, dass ich da lag. Und er hat dann sofort auch den Krankenwagen geholt. Und ich bin dann auch erst am nächsten Tag wieder in der Klinik aufgewandt. Waren die Eltern nicht in der Wohnung? Meine Eltern waren nicht da. Die kamen erst später nach Hause. Die waren auf einer Feier. Dann bist du ins Krankenhaus gekommen? Ja. Dann hat man dich dort endgültig von dem Kind getrennt? Nein, das Kind war ja zu Hause. Das war schon vorher geschehen? Ja, das habe ich ja gemacht. Und was haben die im Krankenhaus mit dir angefangen? Wie haben die dich behandelt? Ich habe das gar nicht so. Ich habe das nur in Trance mitbekommen, weil ich durch den hohen Blutverlust quasi fast ohnmächtig war. Haben die das schon kapiert, was da passiert ist? Die haben das wohl wahrscheinlich sofort gesehen. Ich bin auch sofort operiert worden und habe dann auch, ich glaube, sechs oder sieben Blutübertragungen bekommen, also Infusionen bekommen. Und die Behandlung vor 38 Jahren, also ich wurde wie eine aussätzliche quasi behandelt. Darauf wollte ich hinaus, ja. Wie ich sowas machen konnte. Ich lag auf einer Wöchnerinnenstation und das war wirklich die Hölle. Die drei Wochen musste ich da bleiben. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Die Frauen damals gelitten haben, als es diesen Paragraf 218 noch gab. Ja, das ist schrecklich. Jetzt hattest du diesen kleinen Menschen abgenabelt und er lag zu Hause in dem Eimer. Ja. Wer hat den kleinen Menschen damit... Meine Mutter hat es gefunden. Was hat die, was hat die damit gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe sie auch nie gefragt. Aber der... Nur am nächsten Tag, als sie kam, hat sie mich nur in den Arm genommen. Und hat gesagt, warum hast du nichts gesagt, warum hast du nichts erzählt? Du bist jetzt 58, dann warst du 20. Ja. Die Mutter hat es dir vergeben. Ja. Der Vater auch? Der Vater hat es nicht mitbekommen. Ah ja. Meine Mutter hat dann erzählt, ich habe eine Unterleibsoperation bekommen. Keiner, also keiner weiß das. Und der Bruder hat das auch nicht kapiert, was da... Nein, mit 15. Und bis heute weißt du es... Hast du nur mit deiner Mutter drüber gesprochen? Mit meiner Mutter und die hat das vor fünf Jahren mit ihm in den Tod genommen. Die ist gestorben. Die habe ich dann auch in den Tod begleitet, eine Woche lang. Ich bedanke mich sehr für dein Vertrauen, dass du dann hier jetzt anrufst. Ja. Und das erzählst, das muss doch für dich jetzt auch im Moment eine... Das muss doch alles nochmal hochkommen, wenn man das dann so erzählt. Das ist ganz schlimm. Und als ich dir dann gestern den Ausruf hörte, zu diesem Thema, dass man da sich zu melden sollte, da habe ich gedacht, du musst es einfach einmal erzählen. Irgendjemand ist gleich wem und... Ich glaube, dass das auch gut wird. ...dass man das einmal sagen kann und dass man das einmal vom Herzen kriegt. Hast du dir bis heute Vorwürfe gemacht? Ja. Starke Vorwürfe? Ja. Hast du dieses Bild auf den Augen von dem kleinen Menschen? Ja, das habe ich vor Augen. Ja. Aber es ist 38 Jahre hier. Und wie schlimm man auch mit solchen Situationen damals umgegangen ist. Ja, es ist alles so schrecklich, weil letztendlich die Verhältnisse schrecklich waren für die Frauen. Und wenn man sich dazu entschieden hat, und es macht sich ja keine Frau leicht... Ganz bestimmt. ...dann darf es natürlich nicht so laufen, wie es bei dir gelaufen ist. Das ist das Schlimme daran. Hast du später nochmal Kinder bekommen? Ja. Ich habe zwei Kinder. Und das ist auch alles gut gelaufen? Ja. Hat das ein bisschen aufgewogen, dass du später Kinder bekommen hast? Ich muss immer wieder an ein Ding von kleiner Junge. Ich muss da immer wieder dran denken. Wo mich dieses Leben beendet hat und wo ich das getan habe. Aber du hast gerade schon gesagt, es gab damals ganz triftige Gründe. Und da bist du heute auch noch von überzeugt, dass es die Gründe gab. Ich denke, wenn ich... Wenn du dich hineinversetzt. Bei der heutigen Situation würde ich heute anders entscheiden. Na gut. Ich habe bei den Hilfen, die man heute bekommt. Nur damals war das einfach nicht möglich. Das ist klar. Heute wäre alles anders. Aber wenn du dich jetzt zurückversetzt in die Lage, in der du damals warst, dann würdest du auch heute sagen, da in der Situation mit all den Dingen, die mich umgeben haben, konnte ich damals gar nicht anders handeln. Ich konnte nicht anders handeln zu dem Zeitpunkt. Und wenn ich natürlich gewusst hätte, wie das Ganze abläuft und dass mich das wirklich Jahre und Jahrzehnte verfolgt, dann hätte ich das natürlich nicht getan. Aber das finde ich so einen wichtigen Satz, dass du sagst, ja, wenn ich mich hineinversetze in die Situation von damals, dann konnte ich das nicht anders. Nee, das ging nicht anders. So, und das finde ich einen ganz wichtigen Satz. Ich fände es viel schlimmer, wenn du sagen würdest, wenn ich mich hineinversetze in die Situation, ich hätte durchaus ganz anders reagieren können. Aber das sagst du nicht. Nee, hätte ich nicht. Der damalige Partner, ich habe das erst sehr spät erfahren, war Alkoholiker. Und ich hätte die Hölle auf Erden gehabt, wenn ich in der Beziehung geblieben wäre. Und es war ja leider gut, dass es früher so, dass man dann den Mann auch heiraten musste, wenn man schwanger war und wenn man ein Kind bekam. Insofern denke ich, es ist vielleicht doch die Zeit, dass du deinen Frieden mit diesem für dich so schlimmen Vorfall schließt. Und du hast ja jetzt auch genug, du hast ja nun wirklich gelitten und hast dich 38 Jahre damit beschäftigt. Vielleicht ist es dann irgendwann auch mal gut. Und das heißt ja nicht, dass du leichtfertig jetzt das einfach wegschiebst. Du wirst es dein Leben lang mit dir herumtragen. Aber dass es vielleicht mehr aus dem Bewusstsein herausgeht. Und du hast zwei Kinder, zwei gesunde Kinder, dass du dich auf das konzentrierst, was jetzt ist und was da ist. Weil es bringt ja auch nichts, wenn man sich dann so zermürbt bis an den eigenen Tod heran. Ja, das ist ja lange zu alt und trotzdem kommt es immer wieder und immer wieder. Es verfolgt einen richtig. Und du hast es deinem jetzigen oder späteren Partner auch nie erzählt? Nein. Warum nicht? Weil ich mich dafür geschämt habe. Aber warum? Da schämt man sich doch nicht für. Doch, weil ich an dem Tod des Kindes schuld bin. Ja, aber dennoch, du hast ja die Umstände auch erklärt jetzt. Ich finde, man muss sehr vorsichtig sein mit dem Begriff der Schuld, wenn es um Abtreibung geht. Das ist so ein sensibles Thema. So leicht darf man das nicht sehen. Und ich finde, gerade wenn man einen Menschen sehr liebt, wenn es der eigene Partner ist, sollte man das schon austauschen, weil es auch gut tut. Ich glaube, das Problem ist auch, dass du das so sehr mit dir herumträgst. Ich glaube, das Sprechen tut immer gut mit Menschen, denen man vertraut. Ja, dass ich jetzt auch diesen Weg gewählt habe, überhaupt. Finde ich ganz toll, ja. Ich glaube, ich sage jetzt mal einfach so aus dem Bauch heraus, dass ich würde fast sagen, dass 90 Prozent unserer Zuschauer zeigen nicht mit dem Finger auf dich und sagen, das ist eine schuldige Frau. Das glaube ich nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, dass man viel mehr Mitgefühl hat und Mitleid. Das tut dann auch schon gut. Meine liebe Orsel, ich bedanke mich nochmal sehr für das Vertrauen. Wenn du mit meiner Psychologin auch sprechen möchtest, kann ich es dir gerne anbieten. Ich denke, ich komme so zurecht. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. So, 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer, unser Thema heißt Dem Tod ins Auge geschaut. Ich möchte gerne reden, sprechen mit Menschen, die in irgendeiner Form nahe am Tod waren. Entweder persönlich oder durch ein Erlebnis mit anderen Menschen. Ihr könnt auch mailen unter domian.wdr.de Und hier ist Ramona und Ramona ist 25, nicht 24. Hallo Ramona. Hallo Domian. Warum hast du dich zu dem Thema gemeldet? Ich bin im August vor dem Jahr, also im August 2003, überfallen worden. Überfallen? Ich bin überfallen worden. Ja, wo bist du überfallen worden? Ich war im Urlaub, ich war in Costa Rica, habe Sprachurlaub gemacht und war eben gerade auf dem Weg zu meinen Gasteltern. Und 20 Meter vor der Haustür hat dann einen Wagen gehalten, ein Auto. Es sind drei junge Männer rausgesprungen. Einer ist noch drin geblieben. Und die rannten auf mich zu und wollten meinen Rucksack haben. Ich dachte im ersten Moment, okay, weiß ich nicht. Irgendwie im ersten Moment dachte ich, die wollen mich verarschen. Aber dann zog einer eine Pistole raus und dann war mir irgendwie ganz schnell klar, was die von mir wollten. Das ist ja schon ein schlimmer Moment, wenn jemand eine Pistole rauszieht. Ja. Dann kommt ja alles das Wanken. Die haben mich angeschrien. Ich habe in dem Moment nichts mehr verstanden. Meine Spanischkenntnisse waren weg. Ja. Aber ich dachte nur Hände hoch. Ja. Haben Sie die Pistole dir ins Gesicht gehalten? Zuerst waren sie ungefähr einen Meter von mir weg. Dann haben sie mir den Rucksack abgenommen. Und dann, als wir den hatten, dachte ich mir, gut, jetzt ist es vorbei, jetzt kannst du gehen. Dann kam einer, der die Pistole in der Hand hatte, auf mich zu, hat sie mir auf die Stirn gesetzt, genau zwischen die Augen. Und hat dann eben meine Jacke und eigentlich meinen ganzen Körper abgetastet, ob ich noch irgendwas am Körper habe. Währenddessen war die Pistole an der Stirn? Ich habe die gespürt, ja. Was geht dir in diesen Sekunden in allem vor? Das war unglaublich viel. Also, wenn ich es jetzt sagen würde, hätte ich das Gefühl, ich wäre da irgendwie zwei Stunden gestanden. Ich habe überlegt, du könntest schreien, du könntest um Hilfe rufen, du könntest versuchen, den zu treten oder vielleicht ist die Waffe gar nicht geladen oder es ist nur eine Attrappe, das schoss mir alles in dem Moment durch den Kopf. Schießt einem auch durch den Kopf, das kann jetzt meine letzte Minute sein? So bewusst gar nicht. Ich habe nur gedacht, gut, wenn das jetzt nicht eine Attrappe ist, wenn die geladen ist und der drückt ab, ist es vorbei. Aber ich hatte in dem Moment keine Angst. Keine Todesangst? Gar nicht. Ich war so klar im Kopf. Ich denke, dass ich auch instinktiv das Richtige so mache. Das Richtige war, einfach stillzuhalten? Einfach nur stillzuhalten. Ich hatte auch ein Kleid an, die haben mich auch angetatscht. Ich habe dem in die Augen geguckt, aber ich dachte nur, sieh zu, dass du fertig wirst, damit ich gehen kann. Die Angst kam erst hinterher. Sind die dann gegangen? Die sind dann gegangen, die sind dann ins Auto gesprungen und klassisch Krimi mit quietschenden Reifen nach oben gefahren. Wann kam mir Angst? Sofort, nachdem die Typen weg waren? Ich bin zu meinen Gasteltern gelaufen, das waren 20 Meter, habe sie aufgeschlossen, habe meine Gasteltern aus dem Bett getrommelt, das war ja Nacht. Schlüssel hattest du noch? Die hatte ich zum Glück schon in der Hand. Achso, das haben die gar nicht gesehen, dass du da was in der Hand hast? Anscheinend nicht. Das war mir in dem Moment aber auch nicht bewusst. Ich habe die wach getrommelt, habe das ganze Haus wach getrommelt und in dem Moment ist mir erst klar geworden, was ich da eigentlich erlebt habe. Dass du dem Tod vielleicht wirklich ganz knapp entronnen bist. Was da hätte alles passieren können, ja. Setzte dann der Schock, die Angst plötzlich ein oder so peu à peu? Ich habe geweint. Ich habe nur geweint und ich glaube auch, dass ich ziemlich laut geschrien oder erzählt habe, also mit lauter Stimmen einfach erzählt habe, was passiert ist. Aber komischerweise war ich so klar, sofort beim Kreditkarteninstitut anzurufen, um meine Karte sperren zu lassen. Die war zehn Minuten später gesperrt. Die Angst selber oder die ganzen Folgen, was alles passieren hätte können, das kam erst zu Hause, als ich aus dem Urlaub wieder zu Hause war. Das Gehirn arbeitet das dann irgendwie nach? Ja. Ich habe auch, das war knapp eine Woche noch, die ich im Urlaub war, irgendwie habe ich ganz normal verlebt. Ich bin weiter zur Sprachschule gegangen. Ich wollte gerade sagen, hattest du denn in Costa Rica nicht irrsinnige Angst, die nächsten Tage rauszugehen, abends irgendwie im Dunklen zu sein oder überhaupt dich dort aufzuhalten? Eigentlich nicht. Ist das denn jetzt hier in Deutschland so oder dann später in Deutschland so, dass du hier ängstlicher bist und vorsichtiger? Ja, das kam so drei, vier Wochen nach dem Urlaub. Hatte ich dann Angst, unter Menschen zu gehen. Wenn jemand hinter mir stand, fand ich das ganz schrecklich. Und es kamen halt immer mehr Ängste auf. Und auch im Dunklen musste ich mich wirklich zehnmal auf zwei Metern umdrehen. Das ging wirklich so weit, dass ich nicht mehr konnte. Und ich habe dann psychologische Hilfe in Anspruch genommen, habe dann auch eine Therapie gemacht und letzten Dezember abgeschlossen und die hat mir sehr geholfen. Und seitdem, denke ich, kann ich ganz normal wieder leben. Das ist ja eine gute Entwicklung dann des ganzen Dramas. Die Sendung heißt, du hast ja dem Tod ins Auge geschaut. Du hast diesem Mann auch ins Auge geschaut. Ich habe dem Mann genau in die Augen geschaut. Was war das für ein Blick? Was waren das für Augen, die du da gesehen hast? Ich hatte den Eindruck, dass das war Genuss, dass ich Genuss in seinen Augen gesehen habe. Der hat mich ja angetatscht. Also du hast bei ihm Genuss gesehen oder hast du bei ihm Genuss gesehen? Ja, der macht wahrscheinlich. Ja. Er hat mich ja, wie gesagt, er hat ja meine Teensjacke abgetastet. Da waren ja Brusttaschen drauf. Und das hat er dann natürlich auch aus Anlass genommen, zu entdecken, da ist eine Frau drunter. Und dabei hat er mir wirklich ganz tief in die Augen geguckt. Und da wirklich so Genuss, so jetzt kann ich. Also die ganze Sache ist gut ausgegangen. Ja. Und vor allem jetzt durch diese Therapie hast du es jetzt auch überwunden und verarbeitet. Ja. Ich wünsche dir sehr, dass so etwas nicht nochmal passiert. Ich bin vorsichtiger geworden. Ja, ja. Ich war damals zu leichtsinnig. Und ich kann nur jedem raten, wirklich auch nicht leichtsinnig zu sein. Immer nur im Taxi und vorsichtig zu sein. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen, Ramona. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hier ist Sibylle. Sibylle ist 46 Jahre alt. Hallo, Sibylle. Hallo, Domian. Ja. Ich wollte, ja, also ich habe einmal, da war ich 19. Und ich kann jetzt nicht so genau sagen, wie viele Jahre das zurückliegt, von 46 bis 19. Ja. Aber das war in einem Urlaub in Schweden, wo ich mit meinem damaligen Freund war und noch einem befreundeten Pärchen. Und das Erlebnis habe ich gut weggesteckt, weil es im Grunde genommen so absurd gewesen ist irgendwie, dass ich im Grunde genommen, dass jeder, dem ich die Geschichte erzähle, eigentlich immer lachen muss. Erzähl mal. Wir waren damals, wie gesagt, in Schweden, so ein Ferienhaus. Ein paar Wochen sind dann zu viert spazieren gegangen in so einem Waldgebiet. Und plötzlich bin ich irgendwie von dem festen Weg abgerutscht und da war nichts Festes mehr. Das heißt also, ich rutschte ab und spürte, dass unter mir kein Boden mehr ist und ich mich in irgendeiner undefinierbaren, stinkenden Masse befinde. Und habe dann relativ schnell und sofort gespürt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist so der Fall, wo man nicht strampeln darf und wo man nicht wild rudern darf, weil du bist wahrscheinlich im Moor gelandet. Und habe aber, wie Menschen das tun, wie beknackt gerudert, mit den Füßen gestrampelt, wie ein Frosch, der in der Milch dann das Ganze irgendwann mit Butter macht. Wie tief warst du denn gesunken mit dem Körper? Ich war letztendlich zum Schluss, also ich habe mich Stück für Stück richtig immer tiefer versinken sehen und ich war zum Schluss bis zum Kinn weg. Ach du liebe. Also bis zum Kinn. Meine Freunde, die waren eben halt schon vorgegangen, haben es dann aber irgendwann gemerkt, als ich noch relativ gut so drüber gucken konnte und haben ganz verzweifelt versucht, irgendwas zu finden, dass sie mir Halt geben können, dass ich aus dieser Masse rauskomme oder die zumindest einen festen Halt haben, um mich da rauszuziehen. Und ja wirklich, als ich dann bis zum Kinn versunken war, haben sie es irgendwie geschafft. Also da gab es dann plötzlich ein Brett, an dem ich mich halten und hangeln konnte. Irgendwie haben die beiden Männer es dann geschafft, mich so hochzuziehen, dass ich dann irgendwie so Halt hatte mit dem Oberkörper und dann kam der Unterkörper relativ leicht auch nach. Also lustig ist das ja nun nicht, das ist ja schon sehr dramatisch. Sehr dramatisch. Ja, bis dann mag es noch dramatisch sein, aber wir haben dann hinterher, als wir dann wieder zurück waren, so an unserem Häuschen und auch wieder so im Dorf waren, hat sich dann herausgestellt, dass es kein Moor gewesen ist, in dem ich bis zum Kinn steckte. Sondern es war die Klärgrube der Wochenendhäuser, weil die Wochenendhäuser alle Plumpsklos hatten. Aber das musst du doch gerochen haben, das muss doch ungeheuer gestunken haben. Nee, nee, das war so ein Waldgebiet und das war alles relativ gut und auch sehr frühlingshaft, duftig irgendwie im Sommer. Es ist zwar sehr kurios, aber du hättest natürlich auch da sterben können, ne? Ja, aber das ist die Geschichte, wo ich immer sage, mir erzählt kein Mensch mehr, wie das ist, bis zum Halt in Scheide zu stehen. Also, liebe Sibylle, unsere Sendung ist vorbei, aber schön, dass du es noch erzählt hast und schön, dass du es gesund hast, erzählen können, überhaupt erzählen können. Ja. Alles Liebe, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, bis morgen, tschüss.